Onkel, fünf Tage kein Brot gegessen. Ja, ich habe heute Bock auf Butterstohle mit Schnittlauch. Im Alter werde ich immer komischer. Was hast du denn hier drin in deinem Brot? Haferflocken, Biodinkel, Sesam-Mix, 550er Mehl, zwei Schippen und zweimal Hefe, ordentlich Salz und hier den Rest vom türkischen Joghurt. Ja, kommt hier rein. Onkel, kannst du keine kleinen Brötchen backen? Du kennst die Antwort selbst. Ich werde diese Frage nicht beantworten. Die Videos von Wedding sind bei YouTube explodiert. Viele tausend Aufrufer. Vielen Dank. Ich freue mich auf meine neuen und die alten Follower. Könnt ihr mal nachgucken. Jörg Unger bei YouTube. Da sind noch 3.500 andere Videos. Falls dir langweilig ist und du überhaupt nicht schon alles weggeballert hast. Serviervorschlag!